Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal hier im Internet. Leute, ich hab keine Ahnung wie und was ich da, wie ich das jetzt verpacken soll. Ich mach das einfach wie gestern. Ich weiß nicht, für Leute, die das halt später gucken, ist halt nicht gestern, aber für mich ist gestern, für viele andere ist auch gestern. Und es sind gestern, es sind krasse, es passieren immer noch Dinge. Mein Handy hat, ich war bis 4 Uhr wach, ich bin um kurz nach 6 Uhr aufgestanden und hab angefangen auf Steady Kram zu bearbeiten. Und ich komm so halbwegs hinterher, die ersten Longer Terms haben schon ihre Discord-Ränge bekommen und ich hab auch schon Sprachnachrichten verschickt und Geburtstagsgrüße sind auch schon rausgegangen. Und ich hätte nicht, ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Das ist völlig, völlig, völlig skurril und unverständlich. Ich habe nie damit gerechnet, dass das in diesem Maße passiert. Es ist, das ist ein, ein lebensverändernder Augenblick. Ich habe zweimal gestern geweint, so, ne, mir kamen heute Morgen immer noch die Tränen. Die Leute supporten nicht nur, sie verzichten teilweise auch einfach auf ihre Benefits, sagen du, ich brauche jetzt keine Nachricht für die Omi, ich supporte einfach so. Und unter dem Video an sich, unter den aktuellen Videos generell, ist einfach so viel Liebe und Support. Das ist, es gibt immer ein paar, die scheißen quer rein, aber das soll uns ja nicht interessieren am Ende des Tages, ne. So, das Ding ist, dass ihr mir mehr als den Arsch gerettet habt, dass so viele Menschen, ich weiß nicht, wir sind jetzt gerade Stand aktuell bei 178 Steady's oder so, die richtig reinbuttern, richtig reinbuttern und, äh, ich sag mal so, dass meine Miete, Heizung und Sozialversicherungen sind geklärt, so. Ihr habt euch quasi von einem Tag auf den anderen zu meinem Arbeitgeber katapultiert. Das ist eine Menge, wo jeder was klein ist, viele geben sehr groß, viel größer als ich dachte. Ich hab Pakete reingemacht, wo ich nicht gedacht hätte, dass das, ich will auch ein bisschen an den Paketen, das ist auch nicht jetzt fies gemeint oder so, aber weil ich gesehen hab, vielen ist das auch nicht so wichtig, was in den Paketen drin ist, ne, so, die haben einfach so, so große Herzen, dass sie mich einfach unterstützen aus Gründen, der, ja, ne, ich hab gelesen von, du, Netflix ist doppelt so teuer und bietet mir nicht so viel Unterhaltung und, Leute, ich kann es trotzdem nicht, ihr arbeitet euch, viele Menschen da draußen, nicht nur jetzt die, die mir Geld geben, sondern der Großteil dieser Gesellschaft hat diesen, dieses Privileg, welches ich aus irgendeinem Grund, in das ich irgendwie hineingerutscht bin, das, das, das haben, das haben kaum Menschen, so, ne, ihr rackert euch den Arsch ab, Menschen, die arbeiten richtig hart und intensiv und nicht nur körperlich, sondern körperlich und psychisch und ich hab die letzten Monate jetzt auch wieder meine alte, sehr intensiv, körperlich intensive Arbeit und den Leuten, euch springen die Bandscheiben raus und ihr habt alle irgendwie euer, euer Kreuz zu tragen, so und ich bin der Internetclown, ich bin der Internetclown, ich hab nicht das Gefühl, ja, wobei mir jetzt sehr, sehr viel das Gefühl gegeben wurde, es haben Leute so lange Texte geschrieben, ich kann, ich kann überhaupt nicht genug dafür danken und erklären, so, wie, deswegen fühlt man sich so schlecht, weil man einfach Danke sagt, so und ich schreib jedem im Steady auch irgendwie so gut ich kann zurück, wie gesagt, ich sitze seit fast zehn Stunden jetzt, äh, vor meinem Computer, ich hab zwischendurch eine kleine Aufnahme mit Keys gemacht, äh, Phasmo lädt auch grad noch hoch, kommt auch gleich vielleicht, schalten wir es gleich noch hier eben frei, ähm, es ist völlig verrückt, es ist völlig durcheinander und ich hab keine Ahnung, wie ich das verarbeiten soll jetzt gerade, es ist so viel, wie gesagt, ich arbeite jetzt so ein bisschen nach und nach, so Kram ab, ne, so und ich bin mir sicher, ich vergesse eventuell auch jemanden in diesen Erstepisoden Abspanndingern, seid mir dann bitte nicht böse, wenn da was ist oder so, immer bei Steady dann, wenn ihr ein Steady seid, anschreiben und sagen, du, das ist, ich poste auch bei Steady die ganze Zeit Dinge, ich hab heute Morgen bei Steady auch so einen kleinen Guten-Morgen-Podcast für alle gepostet, um einfach so die erste Impression quasi, die mich jetzt so, die erste Welle der Emotionen, die mich überwältigt hat, um das einfach ein bisschen in Worte zu verpacken und, äh, ich hör mich nicht gern selbst reden, aber ich rede halt gern und, ähm, ja, keine Ahnung, ihr habt richtig reingeschissen, richtig voll reingeschissen von allen Seiten, dass ich das nicht nachvollziehen kann und ich will allen Menschen und nicht nur den Steady, sondern allen Menschen, die jetzt gerade im Moment so viel Liebe auf diesem Kanal sprühen und supporten und verbreiten und den Miesmachern einfach auch mit Liebe entgegentreten und ihnen sagen, dass wenn sie eine Umarmung brauchen, dass sie die kriegen können, wenn sie so viel Hass in sich tragen, dass sie, das ist, es ist so crazy, alle Menschen, Leute, Dankeschön fürs Kommentieren, für die Superchats, die, äh, für alles, jede Art von Support, so klein es sich anfühlen mag, Leute entschuldigen sich immer und sagen, ah, ich hab nur 5 Euro, das ist, und wenn's nur 5 Euro für nur einen Monat sind, das ist mehr, als ich jemals gedacht hätte, so in der Form zu bekommen, ne, so, ich wollte ein kleines Polster und jetzt hab ich ein großes Polster, ne, so, ich renne jetzt nicht los und sag, boah, geil, kann ich mir fetten Auto finanzieren und dann fahr ich, ab nächster Woche fahr ich mit meinem Tesla Model S durch die Gegend, es ist Schwachsinn, ich fahr meine Karre, der, der Mazda, der wird richtig getreten, bis er, bis er heult, das ist mein erstes Auto, nett, überall Kratzer und Beulen, die sind nicht alle von mir, die sind von der Frau des Vorbesitzers, als er es mir verkauft hat, hat er gesagt, ja, die sind von seiner Frau, ihr seht, ich hab immer noch nicht geduscht, ich bin immer noch völlig schmandig, vom, äh, ich sag euch, wie es ist, ich bin auch noch ein Mensch, ich bin nicht dazu gekommen, ich war bis 4 Uhr wach und mein Handy hat, brr, 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 Nachrichten, Nachrichten, boom, boom, Kommentare, Antwort hier, Antwort dort, äh, Reaktionen auf deinen Beitrag, Reaktionen auf deine Videos, Steady, 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 ich wusste nicht mehr, was passiert, ich hatte Tränen in den Augen, meine Tochter kam zu mir, so, Papa, bist du traurig? So, ne, ich sag, ja, es ist jetzt schwer zu erklären, ne, und, das, ich kann das nicht, ihr macht dafür so viel, ne, ihr gebt dafür nicht nur eure Lebenszeit her, sondern auch eure Arbeit, ihr verkauft eure, euer Dasein, eure Existenz, um selber zu überleben, so, ne, die Gurken und die Paprikas werden immer teurer und trotzdem ist da so viel finanzieller Support, den ich geweigert habe, jahrelang anzunehmen, so, und ich, ne, und wie gesagt, ich werde auch mit den Paketen runtergehen oder vielleicht noch den einen oder anderen Benefit, es ist so viel zusammengekommen, dass wir auch wirklich über Autogrammkarten nachdenken können, ähm, die dann im Endeffekt durch die höheren, durch die Steadynators für die kleineren, in Anführungszeichen, ähm, ja, mitgetragen werden dann einfach, ne, ne, ich werde mal schauen, was ich machen kann, wie viel, weiß ich nicht, ich werde vielleicht erst mal 250 Stück bestellen, Autogramme geben, das ist völlig, ich weiß nicht, Leute, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich bin der Internet-Kasper, ne, und, das ist aber, wenn dann einer eins haben will, wenn ich jetzt irgendwie 250 Stück bestelle, das sind dann bedruckte, die unterschreibe ich aber per Hand dann, ne, also ich werde irgendein dämliches Foto raussuchen, meine Freundin hat mir schon ein tolles Bild geschickt, wie ich in meinem Pokémon-Show-Moderator-Superanzug dastehe und doof gucke, weil ich ihr das irgendwann mal vor irgendeinem Stream geschickt habe, wie ich hier dödlich in meinem Zimmer stehe, das wäre so genau mein Stil eigentlich, ne, und da klatsche ich dann vielleicht noch ein Autogramm und eine Widmung drauf, auf Hand geschrieben dann natürlich, ne, und wenn es 300 Stück sind am Ende, ist mir auch egal, ähm, das ist, äh, ja, keine Ahnung, ne, du bist, letzte Woche bist du noch so, ja, ne, dir wird gesagt, dass du mit dem, was du hast, was zwar jetzt nicht lebensbedrohlich ist, aber du wirst damit nicht mehr viele Jahre, es muss weggeschnitten werden und dann wirst du lange ausfallen, lange krank sein, das ist natürlich für einen Arbeitgeber auch immer schlecht, so, Videos machen könnte ich dann aber, weil dann sitze ich, ne, dann würde ich ein, zwei Tage ausfallen, so wundheilungsmäßig, das kann ich aber puffern, das wäre ja nicht das Problem, weil ich mich drauf vorbereite, ist ja keine spontane Notoperation oder so, sondern da wird dann gesagt, du jetzt, dann schneiden wir das weg, und, ähm, ja, und du denkst so darüber nach und denkst so, boah, kacke, jetzt hab ich bei YouTube so reingeschissen, der Algorithmus hat reingeschissen, es ist, irgendwie bist du weg, kommst nicht mehr zurück, wirst du, schaffst du das, geht das überhaupt, ist das, hast du die Leute nicht irgendwie vernachlässigt, dass sie jetzt sagen, du, jetzt nach acht Monaten oder so, hab ich mir einen anderen Lieblings-YouTuber gesucht, oder, ist ja nicht immer Lieblings-YouTuber, ich guck ja auch nicht immer nur meine Lieblings-YouTuber, ne, so, ich guck ja auch, weiß ich nicht, gestern hab ich mir dann zum Einpennen ein Gronkh-Let's-Play angemacht, so, ich weiß nicht, zum Einschlafen, find ich, ich mag die Stimme, was Let's Plays angeht, sehr, und, äh, ein bisschen Dredge, glaub ich, hab ich geguckt, so, ne, Folge sechs und sieben, und bin dabei irgendwie halbwegs dann eingeschlafen, heute Morgen, so kurz vor vier, hab ich nur das letzte Mal auf die Uhr geschaut und mir gedacht, boah, und um kurz vor sechs dann in der Wecker gebimmelt, weil ich dann Chefe anrufen musste, weil meine Tochter keinen hat zum Aufpassen, weil die Mama halt im Krankenhaus ist noch, ja, boah, keine Ahnung, und das ist so völlig, völlig durcheinander, ich will heute Abend vielleicht ein bisschen mit dem alten Sven, mit dem Neonat, ein bisschen streamen, ähm, schauen wir mal, ob ich das so hinkriege, ich hab jetzt erstmal grad einen Strich gemacht, so, ich hab 16.30 Uhr, hab ich gerade gesagt, Leute, ich hauck jetzt seit zehn Stunden hier, und mach Discord-Ränge, und jetzt, wer heute seinen Rang noch nicht gekriegt hat, das tut mir sehr, sehr, sehr leid, ich hab jetzt Sprachnachrichten aufgenommen, und, äh, was sehr beliebt ist, sind Zombie-Ansagen, mit Namen von irgendwelchen Freunden drin, oder so, äh, 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 aber mach ich gerne, Zehner Steady, äh, glaub ich, kriegt schon eine Grußbotschaft, oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, mach ich gerne, macht Spaß, ich hab mir einen abgelacht hier, ich hab, alleine, weil dann so alte Ansagen mal wieder hochkommen, selbst bei mir, ich kann die mir nicht alle merken, so, ich hab ja keine Ahnung, was ich alles gesagt hab im Laufe meines Lebens, bei 5000 Videos, oder so, das geht einfach nicht, ne, das geht einfach nicht, da wiederholt man sich sicherlich auch ein paar Mal, so wie ich das immer tue, aber Leute, es ist einfach zu krass, und ich wollte eigentlich jetzt noch einfach nur ein paar Minuten nochmal mit euch mich hier zusammensetzen, und videomäßig einfach nochmal erklären, oder Video, was ist das, ein Video-Log-Podcast-Ding, keine Ahnung, so, wir hocken jetzt hier und ich erzähl euch was, und ich gönne mir ein Kaugummi zwischendurch, weil ich einfach vom Reden und Schreiben, und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss irgendwie ein Zehn-Finger-System-Lehrgang machen, oder so, ein Kaugummi ist natürlich mega unhöflich, aber ich hab keine Spucke mehr im Mund, und wie ihr wisst, wie es ist, ich bin da kein Professioneller, ne, so, ich mach das halt so, ja, wie ich es halt mache, und ich hab keine Manager, oder keine, ja, so Social-Media-Influenz-Menschen, die dann Ahnung davon haben, und sagen, du musst dies aufziehen, du musst das aufziehen, deswegen bin ich auch chaotisch, zetteltechnisch bin ich jetzt besser aufgestellt, ich hab mir schon Ordner gekauft, also ich hab ja erzählt, dass ich mir Ordner gekauft hab, die ich aber nie benutzt hab, die waren jetzt seit einem halben Jahr in meinem Kofferraum vom Auto, ja, aber ich habe heute rausgeholt, und ich hab sie heute rausgeholt, ich hab mir ganz fest vorgenommen, sie heute noch zu beschriften, ja, dann wird ein schöner Ordner für Rechnungen von Steam und so kommen, ja, Ordner, Ordnung muss sein, Leute, es funktioniert sonst nicht, das verspreche ich euch, das, was gestern oder heute Nacht passiert ist, hat irgendwas verändert in mir, so, ne, das hat mir aber auch viel Druck genommen, irgendwie, und ich weiß, die werden jetzt nicht immer bleiben, ne, wenn die, wenn ein Drittel oder die Hälfte weggeht von den Steady's, oder, hm, das Paket verkleinert, hm, dann ist das trotzdem immer noch mehr als geil, und zieht mich immer noch durch diese Phase durch, die ich jetzt brauche, in den nächsten drei, vier, fünf Monaten, äh, um diesen Algorithmus wieder zurückzukriegen, um diesen Channel wieder hochzudrücken, ne, damit ich dann auf Steady nicht mehr angewiesen bin, und dann kommt sicherlich auch nochmal so ein Video, ja, wo dann alle entscheiden können, ob sie bleiben möchten oder nicht, ähm, ob sie das weiter unterstützen, weil durch Steady hast du, natürlich wird deine Arbeit irgendwie bezahlt, du hast durch Steady, ich hab durch Steady ein bisschen mehr das Gefühl, dass ich halt mal einen Tag krank machen kann, oder zwei, ne, einfach ohne, dass mir jemand, dass mir der Algorithmus wieder reinscheißt, und sagt, ja, Feierabend, du hast zwei Tage kein Geld verdient, keiner will dich mehr sehen, du bist raus, aus dem Game, ne, gut, das wird nicht passieren, wenn es jetzt nach acht Monaten geklappt hat, äh, dann hab ich da einen großen Glauben dran, dass das auch noch weitergeht, und ich hab jetzt schon zweimal gesagt, ich will heute schon Feierabend machen, aber mir zucken halt auch schon die Finger, ähm, dass ich, äh, wie hab ich das eigentlich mit dem schwarzen Bildschirm hingekriegt? Warum ist der Bildschirm da hinten schwarz? Weil eigentlich hatte ich meinen Desktop-Top eingeblendet, aber egal, ähm, na, mir juckt es jetzt schon wieder in den Fingern, ich würd halt jetzt schon gerne nochmal wieder ein paar Ränge freigeben, ich schalte jetzt gerade ein Phasmo-Video frei, das seht ihr jetzt gerade als erstes, ähm, bis das Video hier dann fertig ist und hochgeladen ist und so, dauert es dann ja auch nochmal wieder ein Stündchen. Wie gesagt, auf dem Steady, alle Steady's, die es noch nicht mitgekriegt haben vielleicht, ne, ich hab heute viel gepostet bei Steady, wegen Discord, dass ihr mich dann anschreiben müsst und so, ähm, ich schreib noch wegen diesen Podcasts, mach ich noch ein eigenes Ding, ähm, ich muss das erstmal alles organisieren, das ist völlig, äh, völlig durcheinander, jetzt hab ich das Subnail vergessen, Mann, das sieht doch wieder kacke aus, ach ja, egal, ich mach erstmal das Bild hier rein, jetzt hab ich kein frisches Subnail gemacht, egal, hm, ja, wir treffen uns irgendwo auf meinem Channel unter den Videos, bei Dingen, wenn was ist, irgendwie schreiben, ich versuch's halt nicht untergehen zu lassen, äh, und, ja, schaut einfach rein, wenn ihr Bock habt, so, es ist unfassbar, was da abgeht, unfassbar, es ist so krass, es ist, äh, ja, es ist viel mehr, ne, ich hab mit 5, 600 Euro gerechnet, muss ich ganz ehrlich, ich hab damit gerechnet, dass was kommt, so frech bin ich gewesen, ich hab mit, ja, so 4, 500 gerechnet, so kann man so aus den Gesprächen mit Kies, Kies hat gesagt, nein, ne, du machst dich wieder viel zu, viel zu klein, und du wirst sehen, wir schaffen 1000, ne, aber wir haben auch die 2000er Marke durchbrochen, und, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass sich das jetzt beruhigt, weil mit jeder Marke, die wir durchbrechen, wird's noch schlimmer, ne, und es ist völlig, ich weiß nicht, ob man sieht, gut, die Kamera macht so ein bisschen Farbausgleich und so, auf meiner Cam hier oben, bin ich schön, hab ich, mach ich schön den Waschbär-Modus, und, irgendwer hat nach einem braunen Streifen gefragt gestern, keine Ahnung, ach, das hier, meinst du den Streifen zufällig, Person, die gesagt hat, was das für ein Streifen ist, das ist ein Schatten vom, oder? meine Ader geplatzt? Keine Ahnung, das gehört doch jetzt nicht hier in das Video, Leute, frech, Reis, beschäftige mich, los, tu was, tu was, Leute, ich kann's einfach nicht sagen, ich bin überglücklich, ich bin übertraurig, ich bin irgendwie emotional, total durch den Wind, ich kann das nicht beschreiben, das ist einfach dieses, die Menschen da draußen, ihr, ihr arbeitet dafür, ihr steht auf, ihr macht Dinge, ihr backt Brötchen, pflegt alte Menschen, sitzt an den Kassen da draußen in dieser Welt, fahrt die LKWs, repariert Sachen, müsst eventuell am Heiligabend bei irgendeiner verstopften Toilette auftauchen, und euch die Hände schmutzig machen, weil andere Leute so keine Lust haben, in 10 cm Kackawasser ihr Weihnachtsfest zu feiern, und ihr macht all diese Dinge, und fahrt Bus, und, keine Ahnung, trainiert Jugendfußballmannschaften, oder Kinderfußballmannschaften, und das manchmal sogar nicht, sondern auf Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehrenmensch Basis, und, ja, keine Ahnung, und, es fühlt sich gut an, weil man das Gefühl hat, dass der Wert groß ist, den man hat, es sollte aber nicht so sein, dass man seinen Wert in Geld misst, was man bekommt, das ist falsch, so will ich das nicht sagen, ich fühle meinen Wert gesteigert, nicht dadurch, dass der Steady Account weiter gesteigert wird, sondern ich fühle meinen Wert dadurch gesteigert, mit allem, was zu diesem Steady dazukommt, dass diese Leute, diese Menschen, mir schreiben, was ihnen gefällt, wie sie mit den Videos aufgewachsen sind teilweise, welche Videos sie am liebsten mochten, was sie inspiriert hat, so, das sind so Dinge, was dahinter steckt, hinter so einer simplen Sache, über die viele, viele Menschen überhaupt nicht nachdenken, dass du Menschen durch schlimme Zeiten hilfst, durch, mir wurde geschrieben, dass einige, es geht um, um, um Depressions, um PDBS, um psychologische Dinge, wo es Menschen richtig schlecht geht, und in diesem Gefängnis, was in ihrem Kopf herrscht, gab es nicht viel Sonne und Freude und, dann kommen diese Videos und sie hören, wie der kleine Timmy sich die Haare schneiden lässt und müssen darüber lachen und haben sonst nicht so viel, was ihnen Freude bringt und wenn ich mir das dann vorstelle, ist es halt einfach krass. Und ja, da flattert meine Stimme so, da kriege ich auch schon wieder ein bisschen ein feuchten, weil das nicht normal ist, das ist nicht normal, das ist kein normaler Zustand, das ist ein, ein Privileg und das muss ich lernen zu genießen. So schwer mir das fällt, wirklich. Ich muss lernen, damit umzugehen, dass diese Menschen das von Herzen möchten. und es ist bei mir nicht anders. Ich habe auch Abos, ich habe auch Subs, ich habe auch Steadys beziehungsweise Patreons am Laufen. Nicht mehr so viele, ich musste leider ein paar meiner Twitch Subs musste ich zurückziehen und so wegen, weil das Geld dann doch ein bisschen in den Fokus gerückt ist ohne YouTube. Aber ein Betrag ein großer Anteil, das heißt großer Anteil, aber ein Anteil, wenn ich den Leuten gebe, wenn ich sage, hier ein Steinwallen zum Beispiel, da bin ich bei 10 Euro im Monat und die gönne ich ihm seit Anfang an, seit ich Steinwallens Lager kenne und so und die gebe ich ihm ja auch von Herzen, weil er mich unterhält mit den Dingen, die er tut und das macht ihr auch, aber das von außen zu sehen, dass das auf mich ist halt ich kann es nicht anders sagen, ich wollte einfach nur mit diesem Video nochmal so kurz ein bisschen so die ersten Impressions abgeben, die ersten Impressionen, die erste Liebe zurückgeben und ich weiß nicht, ich kann nicht genug Danke sagen und immer nur ein Danke fühlt sich oft doof an, aber nur ein Danke ist halt oft das, was Leute einfach auch nur möchten und an alle Menschen da draußen nicht nur, ich will nicht, dass es dann hinterher wieder heißt, oh jetzt macht er hier für seine Steadys eine private Session und so, obwohl habe ich aber gemacht, die Steadys haben heute Morgen auch nochmal eine Impression bekommen, aber das haben sie sich auch verdient und aber alle anderen haben sich das genauso verdient und deswegen mache ich das jetzt, weil ich gerade irgendwie zwischen Tür und Angel ein bisschen Zeit habe, ich esse gleich das erste Brötchen, ich weiß noch nicht, was ich heute essen soll, vielleicht fahre ich gleich nach Meck, es gönnen mir ein paar Nuggies oder so, ich weiß es nicht, ich habe, ich muss irgendwas machen, weil mein Körper sonst, so ich bin froh, dass ich einen Liter getrunken habe, aber mein Körper schaltet sonst runter, glaube ich, weil es ist, mir fehlt Zucker, mir fehlt Energie, es ist crazy, ne, und wenn irgendwas ist, schimpft bitte nicht, wenn es ein, zwei Tage länger dauert im Moment, weil jetzt muss ich dann auch wieder arbeiten gehen die Woche und ich habe eine Kündigungsfrist, das ist halt so, die muss ich einhalten, da geht nichts drüber, ob die sich darauf einlassen, dass ich sage, ich will einen Aufhebungsvertrag oder so, das ist immer schwierig und das ist rechtlich immer so viel Kram und die wollen ja natürlich auch dann irgendwie noch eine gewisse Arbeitsleistung haben und, ob das dann mit dem Knorpel da so geht oder nicht, weiß ich jetzt nicht so genau, ne, der sitzt halt auch an einer blöden Stelle und, äh, ja, ich weiß es nicht, wie es weitergeht jetzt die nächsten Tage, bleibt mir nicht böse, wenn irgendwie mal ein Video weniger kommt oder sonst was, schaut, äh, die Steady's können bei Steady vorbeischauen, das ist, ich behandle das jetzt ein bisschen wie so ein Blog, weil man da einfach schnell mal eben was posten kann und alle kriegen per E-Mail Bescheid, ähm, ansonsten haltet auch mal hier auf YouTube die Beiträge im Auge, äh, oder eventuellen Discord, ich versuche mich irgendwie mitzuteilen und versuche irgendwie da draußen die Menschen, äh, zu informieren, wenn es irgendwo stottert oder stockt und es dann nicht heißt, so, ja, öh, jetzt hat er dick die Kohle bei Steady und jetzt lädt er gar gar nichts mehr hoch. Es kann sein, dass die ein oder andere Lücke entsteht noch in den nächsten vier Wochen, aber dann ist, es wird der Montagmorgen kommen, wo ich aufstehe und das mache, was ich liebe und was ich genieße zu tun und, äh, das mache ich mit Freude, das mache ich mit Elan und, ja, ich hoffe, ihr seid auch dabei mit Freude und Elan. Kommentiert, scheißt richtig rein, Leute, scheißt richtig rein, der Algorithmus, der muss mal, der muss richtig, bei YouTube muss einer sitzen und dann muss der sagen, du, Hans-Jürgen, komm mal her, was ist da los? Dann so, wieso, was ist denn? Ja, schau doch mal, was die da machen. Ja, was machen die denn da? Ja, die scheißen richtig rein. Ja, so, das möchte ich gerne, dass das bei YouTube Deutschland da in Hamburg oder wo die sitzen, im Büro, bitte, bitte, bitte scheißt richtig rein, Leute, das ist gut und nicht nur bei mir, bei allen anderen auch, bei allen anderen immer. Supportet eure fucking YouTuber, egal wie groß oder klein sie sind, egal wie groß oder klein sie sind und glaubt mir, wenn sie nur ansatzweise den Spaß daran haben, den ich hab, dann lesen sie auch die Sachen, die ihr schreibt und ich versuche auf alles zu antworten, aber es geht nicht, es sind 634 Kommentare unter dem letzten Video und in der Zeit kam auf einmal dann eine Stunde, nachdem ich angefangen hab, es war irgendwie, ich hab das Video hochgeladen und es ist erstmal gar nichts passiert und dann saß ich unten und auf einmal und es ging los und es hat nicht aufgehört, die ganze Nacht. Ja, weil du jedes Mal, wenn du bei Steady ne Nachricht kriegst, kriegst du ne Mail, wenn du bei Steady nen neuen Steady kriegst, kriegst du ne Mail, wenn du bei YouTube auf die Beiträge kriegst du ne Mail, wenn auf dem Videokommentar kommst, kriegst du ne Mail, das war so krass. Das war so krass. Das hab ich noch nie erlebt, weil ich in meinen Kanal so reingeschlichen bin über die Jahre. Ne? Also ich hatte nie so diesen Mega-Impact. Ne? Es fing irgendwann an, dass ich dann diesen Kreisverkehr-Channel gemacht hab und den haben wir immer so mit ein bisschen Kleinkram bestückt. Ne? So, da hab ich ja auch damals wegen Flugzeugbau noch, wegen Arbeit und so dann erstmal aufgehört und nur so nach und nach, wenn mal was ging am Wochenende oder so. Ich weiß noch, ich saß in Bayern äh und hatte meinen PC so an so einem Fernseher, der auf dem Boden stand, angeschlossen und saß auf einer Luftmatratze in Bayern und hab mit so einem Headset und so dann mit Kies noch so Videos aufgenommen und so teilweise, um einfach so ein bisschen immer rein zu bestücken, ne? und da kam nie so diese und jetzt war ich halt weg und war irgendwie auf nicht null, hab ich ja gestern auch schon gesagt, es war nicht ganz null, es kam immer noch ein bisschen was rein, aber so eine Explosion, Alter, hab ich halt selber noch nie erlebt, so ne, so ne Welle bin ich noch nie geritten. Das, ja, keine Ahnung, Leute, vielen, vielen Dank, Dankeschön, ich weiß es nicht, ich hab jetzt auch schon wieder zweimal ein bisschen feuchten gekriegt und ja, in meinem Alter ist man froh, wenn man mal eine feuchte Stelle findet, Leute und ich wünsche euch allen den besten Tag eures Lebens und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, dann irgendwann vielleicht bei so einem Video mal wieder, gerade jetzt so in der ersten Zeit wäre ich froh, euch dann immer ein bisschen informieren zu können und ja, ne, hab ich schon alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Naja, wie gesagt, bei den Steady's, da dürfen mir dann die Steady's auch nicht böse sein, ich wollte den Podcast vielleicht ein bisschen runter machen, dass ich den Sonntagspodcast auf die 25er setze, dann hören's einfach mehr oder, dass ich den Podcast so abstufe, dass ich sage, einfach die Steadynader, die 50er kriegen ihn als erstes, ne Woche später, dann die 35er, ne Woche später, die 25er, ne Woche später, dann gibt's für alle immer so ein Flow irgendwie, die anderen hängen hinterher, aber es ist trotzdem dann noch ein bisschen was Besonderes, auch wenn die meisten, die am meisten geben, sind die, die am wenigsten verlangen irgendwie, also was heißt verlangen, die am wenigsten, die sagen, ja, mach mal, ist mir egal, mir ist das jetzt nicht so wichtig, ich will nur supporten, ich brauch keinen fancy Discord, ich brauch keine Sprachnachricht, für die Oma, ich brauch eigentlich nichts, Kreis, ich brauch nur deine Videos, bitte, die werdet ihr kriegen, die werdet ihr kriegen, definitiv, sollte mich nicht zufällig ein Pfeil im Knie treffen oder so, unter Vorbehalt werdet ihr die kriegen, ne, so ihr wisst wie das ist, ne, manchmal zack, boom, also ihr kennt das, machst das Fenster auf, auf einmal zack, fliegt irgendwie der Teekessel von der Nachbars Oma, der Stopfen da vorne drin, der explodiert, fliegt hoch, zack, trifft nen Weißkopfseeadler, der verliert seinen Schnabel, der fällt runter auf ne Biene und die Biene denkt, du bist es gewesen, stich dich und du kriegst hier einen allergischen Schock, es kann alles passieren, wir wissen wie die Welt ist, es ist ein verrückter Ort, aber es ist ein schöner Ort, ein toller Ort, wo man nur die Stellen finden muss, die man genießen kann und sich nicht immer auf die blöden Stellen fokussieren, dann wird es für einen selbst auch irgendwie, ne, what it goes around, comes around, ach Leute, vielen, vielen Dank, ich hab den Mund schon wieder fusselig, ich wollte 5 bis 10 Minuten machen, halbe Stunde, gönnt euch, Dankeschön, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, reingehauen, euer Kreis. gund